Hi, ich bin Mernd Begemann und ich bin sehr stolz, Teil des wundervollen Boombox-Experimentes zu sein. Sie kommt von oben, von ganz hoch oben reicht sie runter wie ein Regenbogen. Heute bin ich ein bisschen zu spät gekommen, was dauert nicht, weil ich mich immer so lange regenerieren muss. Ich spiele ab gestern vier Stunden gespielt und es ist anstrengend und ich bin so langsam manchmal. Ich setze mich manchmal nur hin, um einen Kaffee zu trinken und dann stehe ich erst nach anderthalb Stunden wieder auf. Das ist heute nicht passiert. Ich hatte echt, das kann manchmal passiert was. Und mein Körper holt sich das zurück und regeneriert sich, weil ich mich total verausgabe, weil ich alles gebe und das tue ich, weil ich nicht anders kann. Ich habe neulich mit dem Stoppock drüber geredet, der sieht was ganz anders. Der meinte, wenn er sich erinnert, er hat immer nur lange gespielt, wenn er unzufrieden war und dann wollte er es richtig stellen. Aber bei mir ist das nicht so. Ich denke, ich sehe immer noch unsichtbare Verbindungen zwischen den Liedern. Einige Lieder, die ich jetzt schreibe, antworten auf Lieder, die ich vor zehn Jahren geschrieben habe. Zum Beispiel, oder Lieder, die ich vor zehn Jahren geschrieben habe, antworten auf Lieder, die ich jetzt geschrieben habe. Zum Beispiel, ich habe ein Lied über eine erfolglose Band, die heißt Unsere Band ist am Ende. Dann gibt es ein Lied von wirklich vor zehn Jahren über jemanden, der sich ins Privatleben zurückzieht und sich mit seiner Freundin irgendwie eingreift. Und das Lied heißt Sein Mädchen macht ihn glücklich. Und dann spiele ich diese Lieder direkt hintereinander und dieses ältere Lied ist das Sequel von dem neuen Lied im Grunde oder Antwort auf das neue Lied. Das ist eine Art von Zeit-Auffassung, die es nur in Liedern gibt. Nur in einem Lied kann man praktisch diese physikalische Behauptung, dass Dinge gleichzeitig passieren. Also diese etwas modernere physikalische Auffassung von Zeit. Also du hast keinen linearen Ablauf, wie es bei den meisten Filmen ist, wie es bei den meisten Büchern immer noch ist. Du hast also eine Gleichzeitigkeit. Der Mensch, der heute irgendwas tut, macht genau dasselbe in der Vergangenheit, nur als ferner Spiegel von irgendwas. Ich weiß, dass ich jetzt klinge wie ein irrer Spinner, aber das ist so. Jedenfalls merkt man das manchmal, dass diese Lieder sich irgendwie spiegeln oder sich gegenseitig erzählen. Und deshalb spiele ich manchmal so lange, weil ich deiner Sache auf der Spur bin. Glaubt es oder lasst es? Sie redet Revolution, sie atmet auf früher. Sie redet Revolution, sie atmet auf früher. Ein Auftritt ist teilweise auch ein Laboratorium. Und an den armen Menschen, die kommen, probiere ich neue Lieder aus. Und neue Lieder heißt für mich neue Herangehensweisen, neue Vorstege, neues Vokabular. Neue Arten an Dinge ranzugehen. Die meisten Leute haben auch von der Seite der Rezeption in Deutschland, die haben da kein Ohr für. Aber ich habe Genres erfunden. Ich habe zuerst über Sachen gesungen, wo die niemand singt. Und Leute kommen deshalb auf die Live-Konzerte, weil sie ihr Leben darin reflektiert sind, eher als in anderen Sachen. Ich stehe normalerweise nicht in Zeitungen oder Zeitschriften. Und ich habe nur ganz solide Konzertbesuche, weil Leute immer ihre Freunde damit hinzuhören, die zuerst nicht wollen. Und da müssen sie widerwillig zugeben, dass ich ihr Leben besser erfasse als, weiß ich nicht. Ich meine, verstehst du, worum es in Seven-I-Do-Songs gibt? Jedenfalls sind meine Lieder extrem diesseitig. Und ich schreibe über viele verschiedene Dinge und Menschen. Aber eine einzige Sache ist meine Lieder gemeinsam. Und zwar, da ist eine Klarheit. Und das Schönste ist für mich, wenn, das ist für mich sozusagen, das ist mein Kunstideal. Du hast völlige Klarheit, du hast kongruente Formen. Du hast eine Art von Harmonie und sowas. Aber, obwohl alles so klar zu sein scheint, ist da doch ein Geheimnis drin verborgen. Weil, das ist, wie ich das Leben sehe. Es ist offensichtlich eigentlich alles klar und so. Aber trotzdem, es ist, ähm, masteriös. Aber dieses Geheimnis ist, ähm, eben nicht, man kann sich diesem Geheimnis nicht nähern, indem man mystisch rumschwafelt. Oder indem man nur dunkle Andeutungen macht, die ganze Zeit. Ich sehe ja Dinge, die andere nicht sehen. Und ich will, dass sie das auch sehen. Äh, das ist, ähm, ein Abstand, der mich schmerzt. Das ist kein Vorsprung, auf den ich mir was einbilde. Wir werden dies tun, wir werden das tun, wir werden hinabgeleiten. Doch wir sind 15 und wir werden nicht zusammenbleiben. Du sagst das, weil du klüger warst. Ähm, ich bin nicht unterwegs, um, ähm, den Koffer zu haben. Ähm, ich hab'n Kleidersack nebenbei, ähm, sondern, ähm, weil es mir so viel ermöglicht. Äh, es ermöglicht mir zu singen. Das ist die Hauptsache. Also, das Rumfahren drauf lege ich wirklich keinen Wert. Äh, deutsche Bundesautobahnen können einen wirklich runterziehen und einen auch ängstigen. Aber an dem Abend, wenn ich anfangen kann zu singen, wenn alles aufgebaut ist, wenn die Leute dran sind, das ist der beste Zeitpunkt des Tages. Was soll ich sagen? Und dafür nehme ich eben auch die Raststätten in Kauf. Obwohl, ähm, man auch sehr viel erlebt. Und ich, das, wenn ich längere Zeit, ein paar Monate nicht auf Tour war, habe ich das Gefühl, ich verpasse den Anschluss im Land. Ich weiß nicht mehr, was los ist. Ich, ähm, spreche von einer Wahrheit, die man nicht durch Spiegelleitartikel erfassen kann, sondern die man nur erfassen kann, wenn man den Leuten so zuhört, in verschiedenen Regionen. Wenn man beobachtet, wie sie miteinander umgehen, wenn man in einer Supermarktschlange in einer fremden Stadt steht. Eigentlich wollte ich nicht nach Hannover, fördere ich wahr, ohne jede Verpflichtung. Also sag ich zu ihr, hmmm, wir fahren beide in dieselbe Richtung. Hey, wir fahren beide in dieselbe Richtung. Viele, die ich kenne und die du bestimmt auch kennst und deren CDs du zu Hause hast, sehen das im Grunde so. Die denken, ah, dann machen wir eben noch eine Platte. Irgendwas soll's. Oder die machen CDs, um auf Tour gehen zu können. Oder sie schreiben Lieder, um eine CD füllen zu können. Das finde ich falsch rum. Ich finde, man muss Lieder schreiben, weil es sie nicht gibt. Sie sang laut zum Radio mit sie. Ich könnte alles Hit für Hit durch den Monsoon. Ich horchere in den Raum rein. Die Summe der Anwesenden ergibt eine Art Hyperperson. Und ich versuche, in das Gesicht dieser Hyperperson zu blicken und direkt mit ihr zu sprechen. auf eine Art, wie ich mit dir sprechen würde, wenn du mich spät nachts besuchen würdest und ich spiele dir ein paar von meinen Lieblingsplatten vor oder so. Und dann denke ich natürlich nach, welches von meinen 500 Lieblingslifeliedern ich jetzt als erstes bringe. Achtung. Ihr singt. Du hast mich immer entdeckt, als mich niemand anders wollte. Du hast mich beschützt, als ich betrunken auf die Straße rollte. Als ich vor zehn Jahren herkam, war ich ziemlich arm. Jetzt bin ich immer noch arm. Oh, es sind Paar, die alle singen. Oh, es sind Paar, es sind Paar, es sind Paar, ein letztes Mal. Oh, es sind Paar, du kennst mich und du machst es mir leicht. Nochmal. Oh, es sind Paar, man fühlt sich wie ein Gewinner, obwohl man nichts erreicht. Nein. man kann es nicht mehr, bloß nicht ausruhen, niemals ausruhen, niemals ausruhen. Manchmal denke ich, kann mich nicht mehr lange halten, Willst du mich behalten und Oh, St. Pauli, alle singen Oh, St. Pauli, ein letztes Mal Oh, St. Pauli, du elendes Miststück kriegst mich nicht klein Oh, St. Pauli, wenn ich weg bin, wirst du immer noch da sein Und Samstagnacht schau sie von überall her Und dann Sonntagmittag bist du wieder menschenleer Wie hältst du das nur aus, dies hin und her Mir fällt es schwer Mir fällt es ziemlich schwer in letzter Zeit Und gut, oh Mensch, ich nicht mehr Jasmin Sie hat Geld gespart und konnte endlich hier wegziehen Oh, ja, sie Wenn es schon jemand anders gehört hat, dann müsst ihr mir schon glauben Sie wäscht Kartinen in ihrem Rheinhaus in Fischbeck Okay, das singen Leute in diesem Teil Deutschlands vielleicht nicht so gerne mit wie in Norddeutschland Ich weiß nicht, Fischbeck ist Nordfurt von Hamburg In Norddeutschland singen das alle Leute mit Die kommen den ganzen Abend nur um bei Fischbeck die Faust zu beilen Und dann so, Fischbeck, irgendwie so Das ist schwierig zu erklären Also sie leben nicht in Fischbeck und sie mögen Fischbeck nicht Aber sie denken, wenn sie Kanzler Fischbeck rufen, dann bleibt es ihnen erspart So ist das Wie so ein mittelalterlicher Schutzbann Ein Fischbeck ist so ein Ort, wo man nicht so gerne hin möchte Aber wenn man dann da landet, meine ich, wenn man in Fischbeck landet, dann ist es ganz gut Ich schätze das, ich meine, was ist das Fischbeck von Aachen? Burscheid 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 Okay, dann können wir das mit Burscheid machen, schätze ich Sollen wir niemals nachsagen, ich wäre nicht flexibel Burscheid 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 Oh mein Gott, mein kleiner Freund Okay, sagen wir mal Burscheid, Rote Erde ist so unrockig Dann denkt jeder an diese Serie mit Ritchie Nase Müller Ritchie Nase Müller war auch in das Boot, wie Herbert das Boot Grönemeyer oder wie Ralf Richter Ralf Richter, oder du, dieser Typ, der immer bis auf ein Auto fährt ohne Führerscheidung Martin bis auf ein Sandelrohr, wie der Typ Ich schlage das System Ich bin ein Ax von Idioten Okay, dann sagen wir mal Burscheid, der Girl ist so unrockig Das wurde gar nicht Roman nennt sich nicht mehr James Meansin Geld nicht sparen konnte endlich hier wegziehen Sie wäscht ja die in ihrem Rheinhaus in Burscheid Aber Heimlich träumt sie von Oh, St. Pauli Einmal berühren, für immer verflucht Oh, St. Pauli Seit ich dich fand, hab ich nicht mehr gesucht